Jürgen, der guckt mich an oder so üppel und rot Nooooot FotoTV Der Kerl, echt Das war, wenn er das gesagt hatte, dass du dein Kopf gegen ihn gestammt Ja, Jürgen! Ey, ich würde... Ey, ohne Witz, Niklas, du warst um 1 Uhr, warst du weg Du warst fast am Pennen Halbe Stunde später Kopf gegen Sukkotty Eier, what the fuck Jürgen, der hat einfach... Jürgen, der hat mir so die Popeln aus der Nase gezogen, als wir bei Lukas waren Ja Alle springen aufeinander drauf und er zieht uns das Ding einfach so in die Nase rein, Alter Also Wtf Ey, wieso hab ich schon kein Sub-Icon Du hast ein Sub-Icon Nee, wo ist? Wo ist wo? Ja Nein, hat er nicht, hat er nicht Und T-Shirt hab ich auch nicht Achso, auf dem TMU-Streak Achso Hast du überhaupt noch alle VIP bei Sukkotty? Nö, ich nicht Nö Kann ich gleich erstmal, ja Ja, Mann Ich seh das nicht, glaub ich, in den Pikachu's Ja, ja, Merck's, ja, ja, Merck's natürlich Ja Wann das Wir bist noch VIP, ja Flo ist auf jeden Fall VIP Wann aus Schul hättest du mal das Geld an Sukkotty reingeschickt, Mann, Mann Noch nie Nee Nee, Flo, Merck's Wann ich mir sagen, Merck's, Alter, du bist wirklich geuzig, ey Ja, geuzig wie Pablo Teddy Was los? Du bist wirklich geuzig, ey Ja, Mann Oh, verlaubert, Alter Oh, jo Merck's, jetzt kannst du's ja sagen Ah, und ich hab euch alle in FIFA geschlachten, fucken Augen Alter, halt dein Maul, Mann Alle hab ich dich getötet, Alter Ich hab halt nichts von Bildschirm gesehen, Mann Und Merck's, Merck's, hast du eigentlich das Game noch gewonnen? Ja, 2-1 Ja, ich hab's gewonnen Alter, ey, Bördersmoot 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 Erstmal, erstmal jetzt ne Runde FIFA, Bördersmoot Du hast ja echt alle geschlachtet, Alter, wirks Alle Tekken rasiert, Alter, ich hab wohl nie einen FIFA rasiert Ja, Tekken alle Tekken bin ich gut, Alter Aber wie kräzt du trauig, weil der mir einfach Cocktail ausgegeben hat, weil du eine Krüze Ja, was? Einfach, ich hab mir ne PS4 ausgegeben, ein Bier Ja, ne Mann, Alter Bei zwei, glaub ich Eins weiß ich Eins weiß ich Aber das andere weiß ich, dass Merck's auch was gegeben hat Ja, Merck's da gar nichts ausgegeben hat, der hat mit Desperado gesoffen, Alter Alter, dein Maul, ich hab am Morgen Abend alles bezahlt Ja, das stimmt schon Wir sind das zusammen Wir wissen, Ulu Ja genau, ich hab auch immer gezahlt Und dann, so, warte, dann getrunken hab ich fast gar nichts aus Die kurzen, bei denen Sarah immer gesagt hat, ich geb dir aus Sonst hab ich mir nichts bestellt, ich hab einen Cocktail gewischt, den hab ich aber auch vorher noch selbst gezahlt gehabt Ja, wie immer kommst du ohne Geld durch, Alter Ey, ich bestell dir aber auch kaum was Ja, ich hab was bestellt und wusste, dass geht das auf Sarah sagen Aber ich hätt's auch selber bezahlen können Ja, ich hatte auch schon 20 gezückt, ich dachte so, okay komm, gib's dem Mario noch was Du hättest ja 25 Augsburg geliehen, damit du nach Hause fahren kannst Ja Sag klar, also Also, heavy Mir Mir Achso, ehrlich, wie das? Ja, weil ich hatte nur einen Hunderter dabei Und wir mussten ja ein neues Zugticket kaufen, das hat genau 100 Euro gekostet Und, aber ich hatte dann kein Geld mehr für Augsburg nach, zu mir nach Hause, weil ich wohne ja im Kauf Hat er bei euch beim Brunchen, äh, die, die, die Namen abgehakt Bei mir ja Ja, das hat er wahrscheinlich bei mir nicht gemacht Sarkati meinte ja oder so, dass Lukas so richtig nicht gezahlt hat Aber Kretz war ja dabei jetzt, ich war ja da, er hat er gezahlt Ja, das kann ich bestätigen Da hab ich ja noch zu dem Typen gesagt, so, jo, der so, ah, du zahlst jetzt schon, du musst gehen Oder wie, ja, ich so, mein Zukunft jetzt gleich So, okay, dann bin ich ja noch zu Sarkati gegangen, wo Kretz und so saß Sie so, Sarkati, hast du dich gesagt, das kostet 10 Euro Der so, jo, ne, 20, aber jetzt kostet 25, so, ja, hab ich gezahlt, ich geh jetzt Deswegen hatte ich auch noch einen von Kretz, aber ging schon Das hab ich auf jeden Fall gezahlt, ne Wie hat er mich genannt? Wie hat er mich genannt? Wie hat er Werks genannt? Werks hat ja aber auch, der hat irgendwas mal zu dir gesagt, ne Ja Joke 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 Joke, ja Wie hat er mich genannt? Gar nix im Wegen Die ganze Zeit, du Kretzer Oh, sie Kretzer Kretzer Also ich Kretzer Ja, nicht einfach Jokey Hose, Alter Jawoll Joker Ah, Murz Joker mög's, Alter Ja, hier, Berners Brot, Shining Blut, Berners Brot Ey, Clura, wie nennst du dich hier, Alter? Ich bin nicht Berners Brot Ja, Berners Brot Mach dich genau Kann sich nennen, Berners, Berners, Berners Brot, Fan Kretze nenn dich mal Jokey Hose, Alter, Kretze, Jokey Hose, Alter Ja, einen Moment, so Kretze So, Server Krupp ist jetzt, wo macht man das noch? Warum chairezer aber nur gleich das Click auf deinen Namen unbezieht Nennennennennenn, man kann das noch einfach doch einmal machen Eif, kleinen Namen Och, das kann man nur beimαιnmachen, okay Ey, what the fuk ist das Spiel? Na wer ist denn in dem Libs oder B commonly Verdraß Brr Druadhörn Druddahn Druadhann Druadhann das brot er hat das spiel gegen freiburg sehen aber die das spiel auf dem platz gar nicht fußball spielen können so viel schnee wieder diese ganze rauskuscheln schnee da weggeschaufelt er ist ein bisschen mit der mit der bodenheizung also geregelt aber die haben die haben die ganze schnee dann an die seite geschaufelt und die spieler da ausliegen die sind ja auch noch mal lang gelaufen wegen dem spieler zu sagen reingeflogen jeder süre ohne aufenthalt möchte heute eine frau wegknollen ich hoffe ich hoffe es hat die bräut aber auch nichts von dem was er gemacht hat der feiert das genauso wie wir ja ja ich glaube schon oder merks ja 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 jeder süre ohne auf schweinig 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 in welcher edition schweinig schweinig ja hast du auf der edition was andere schweinig 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 kleine die schweinig 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 der schweinig 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 es sind nachhaltigkeit Scennes Knock dreams gut okay ja was muss ich noch alles zeigen warte mal forum ok es waren vielleicht vier im konto oder so ich wusste neun minuten auflachen was los no shiny charm ok no shiny charm ich zitter gerade ok no shiny charm no shiny charm man 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 no shitty voices die zeit habe ich gezeigt er hat das gefangen ach das ding noch in den kampf schicken das habe ich jetzt vergessen ah ja what the fuck ich weiß nicht wie viele den konto das war ein ohne witz ich glaube das war nicht mal streichstellig gerade bei mir 31k so 1 nice hattest du noch auf dem diesem kleinen gameboy nein das kann ich nicht achso ich weiß nicht wie der in die zonen mit dem also bye bye user disconnected from your channel ich bin gerade mit meinem stück bin ich gerade rumgetanzt so nice hat der schillerpin notini voice gezeigt die zeit habe ich gezeigt und das in den kampf geschickt nice ok ich will ich kann kein keinen